Wir wollen die Berufe besser kennenlernen und schauen, was zu uns passt. Ich finde es mega cool, dass man so viele verschiedene Berufe entdecken kann. Wir sind am Donnerstag schon mal da und haben mega cool gefunden, was es hier alles gibt. Und dann haben wir nochmal über den anderen vorgekommen. Es ist sehr informativ, dass sich die heutigen Berufsrichtungen gegenüber früher verändert haben. Es gibt neue Sachen, die wir ältere Generationen nicht mehr wissen, die es früher gar nicht gab. Darum ist es nicht nur für meine Tochter oder für die Kinder, auch für unsere Eltern sehr interessant. Man kann sich heute auch über das Internet informieren, über Prospekte informieren, In der Schule bieten es gewisse Informationen an. Aber der Austausch zwischen Älteren, zwischen den Grundschülern, die Fragen entgegennehmen können, ihnen wirklich individuell eine Auskunft geben, ich denke, das macht die OBA so speziell. die OBA so speziell. Das war die OBA so speziell. Die OBA so speziell an, für die Abenen mit Leibnachsrichtig, und die OBA so speziell an, für die Kinder, die zubekunden sind. Aber so ne z vêten die OBA so speziell. Und wenn wir, die OBA so speziell an, für die OBA so speziell ist, sondern sie sozusagen in diese OBA so speziell. Und dann ist ein Bank von dem dem Weg, Wie viel Spaß macht das? So viel Spaß hier.